Streunende Haus- und Wildtiere sind ein lästiges Übel. Mit dem Garden Protector 2 halten sie diese wirksam fern, ganz ohne Gift oder Chemikalien. Registriert der Sensor im Gerät eine Bewegung, sendet er Ultraschallwellen aus, die die Störenfriede vertreiben. Zusätzlich schreckt ein Lichtblitz die unerwünschten Besucher ab. Marder, Hunde, Katzen und Co. reagieren auf unterschiedliche Schallfrequenzen. Mit dem Frequenzregler stellen sie ein, welche Tierart sie verscheuchen wollen. Betrieben wird das Gerät mit vier Monobatterien. Wir empfehlen die Modelle von Warta, da sie eine wesentlich höhere Leistung haben als herkömmliche Standardbatterien. Zwei Halterungen für das Gerät werden mitgeliefert. Der L-förmige Halter dient zur Befestigung an Wänden, der drehbare Zylinder zur Montage auf einem Rohr oder ähnlichem. Der Garden Protector 2 wehrt dauerhaft Schädlinge von Ihrem Haus und Hof ab. Bestellen Sie am besten gleich.